Servus und Willkommen zu einem neuen Adventskalender Let's Play. Ich bin Marv und wir spielen heute No Time To Explain. Oh yeah, Party, Party, was geht ab? I am you from the future. There's no time to explain. Follow me to... Oh Christ! Oh nein. Er hatte keine Zeit uns zu sagen worum es geht. Oh so much pain! Oh God! Und wir müssen uns dafür sorgen, dass wir ihn irgendwie retten. Ah, wir haben noch diese komische Kanone hier. Ich weiß noch gar nicht genau, wie das funktioniert. Uhuh. Okay. Nein. 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 Also irgendwie... Ah, okay. Na komm schon. Irgendwie muss man doch da hochkommen. So. Also die Steuerung muss ich erst nochmal lernen, glaube ich. Machen das alles mit der Maus. Wir müssen einfach im richtigen Moment dann die linke Maustaste drücken, um da jetzt... Und dann ins nächste Level zu kommen. Oh. Also es gibt keine Zeit, das Spiel zu erklären. Oh, schön wär's gewesen. Ziemlich cool gemacht. Erinnert so ein bisschen an Super Meatball, glaube ich. Wie soll das denn jetzt gehen? Okay. Schauen wir mal, dass wir jetzt hier irgendwie... Nein. Ah, komm schon. Irgendwie wird das, glaube ich, nichts. Hat schon einen Grund, warum ich Super Meatball nie gespielt habe. Weil ich einfach nicht der Typ bin für solche Spiele. Wie man sieht. Aber irgendwie geht's dann doch. Oh, hier gibt's überhaupt keinen Sound. Endlich mal Ruhe. Oh, da ist er. Nein. Lass mich da. Keine Zeit zum Erklären. Oh mein Gott. Wow. Oh. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was ich machen soll. Entkommen vielleicht. Das ist ja lustig. Leute, Leute. So wird das nix. Abschießen kann ich sie aber auch nicht, die Kanonen, oder? Nee, kann ich nicht. Sehr merkwürdiges Spiel. Oh, es schwankt auf jeden Fall schon. Was auch immer das zu bedeuten hat. Hauen sie ab, Super Monster Schiff. Die haben ja nix zu suchen. Den werden wir schon einheizen, ey. Oh. Ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Weil es gibt einfach keine Zeit, hier irgendwas zu erklären. Absolut das falsche Spiel, um ein Let's Play damit zu machen. Aber wir müssen irgendwie den Bossgegner jetzt hier besiegen. Und das sieht im Moment ganz gut aus. Der ist schon ordentlich am schwanken. Schauen wir mal, eine Turbine hat er noch. Versuche ich ihm die mal irgendwie abzuschießen. Oh oh. Na komm schon. Du wirst doch nicht ewig überleben können. Ich muss mich doch irgendwie retten können. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich ihn. Oh nein. Was geht ab? Oh. Sehr gut. Gut gemacht. Hey, na? Alles klar. Party. Gut gemacht. Mal gucken, was wir hier noch haben. Wir haben noch andere Levels. Nämlich einfach mal das hier. Oh nein. Dieser Schmerz. Keine Krankenversicherung. Das ist natürlich echt mies. Schauen wir mal, ob wir dir irgendwie helfen können. Nein. Also irgendwie. Time traveling is dangerous. Er hat aber recht. Also irgendwie musste ich jetzt hier. Da habe ich jetzt den Hut einfach liegen lassen. Das ist ganz schön fies, wenn die Rippen in den Augen sind. Also irgendwie. Yeah. Wollte ich gar nicht wissen. Wo bin ich denn hingeklogen? Röcheln? Wie soll ich denn da durchkommen? Jetzt bin ich schon wieder aus dem Spiel gefallen. Ah, okay. Ganz vorsichtig hier, also. Nein. Das war so gut. Eins von vielen Indies spielen. Oh, jetzt habe ich mir da unten selbst den Weg verbaut. Ich glaube, das ist kein Spiel für mich. Ich wollte es ja mal antesten, aber. Ich bin froh, dass ich das im Adventskalender euch vorstelle. Weil die ganze Geschichte ist irgendwie ein bisschen zu krass. So. Ah, super. Komm schon. Yes. Was geht ab? Yeah. Woo. Hahaha. Hahaha. Was ist das für einer? Wie geil ist der bitte? Au. Huh. Woo. Der liegt den Hut, den will ich haben. Das geht so nicht. Wow. 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 Hoi! Oh ne! Yeah! Also der Soundtrack macht einen völlig wahnsinnig. Aber im positiven Sinne. Oh, cool. Oh, aus der Welt geflogen. Einmal geht noch. Komm schon. Wie der mit den Beinen schlackert. Und raus. Tatsächlich. Na. Nein. Yeah. Hat er erstmal gesagt, das ist ziemlich unangenehm. Hat er wohl recht. Oh, cool. Das ist einfach nur wahnsinnig, dieses Spiel. Oh nein. Das klingt nochmal gut. Das geht ab. Okay. Ah. Noch nicht ganz, jetzt. Nein. Sag mal. Also so schwer kann das doch nicht sein. Denkst du? Oh ja, sehr gut. Bis zur Unendlichkeit, ey. Bis wir es schaffen. Yeah. Sind wir wieder am Haus angelangt. Haben das zweite Level auch gleich durchgespielt. Hat das Ding nur vier. Okay, den haben wir jetzt schon gehabt. Gehen wir mal zu dem. Das ist extrem unmöglich. Ich rette dich. Ich rette dich. Irgendwie. Vielleicht. Oh Mann. Da musst du mit einem, in einem Lauf musst du gut rüberkommen. Du musst auch gut abspringen. Na so geht das nicht. Oh oh. Das wird ja wieder ein ziemlich schweres Level hier. Aber ob ich dieses Level jemand schaffen werde, oder auch nicht, ist nicht so leicht zu erfahren. Denn das Adventskalender Let's Play ist schon wieder vorbei. Danke fürs Zuschauen. Und bis morgen.